Einfach mal filmen und kannst eine Hand von dem, was du filmst, korrigieren kannst und lernen. Der Wind geht aber ein wenig fest. Und hat er es noch nicht. Jetzt hat er es, oder? Warte, es blinkt noch fest. Jetzt ist es gut. Es hat aber schon drei, viermal so geblinkt. Ja. Ich muss jetzt noch nicht weggehen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Jetzt bin ich langsam frech. Das ist gut, das ist gut. Trotz dem Wind. Ganz fein, ganz minim. Das musst du korrigieren und machen. Das war der Wähler, der fremdlich macht. Viel zu viel korrigiert. Liebes Kindle. Ja, ganz brav, Kindle. So, wir werden gleich nochmals starten. Voilà. Wie lange bin ich geflogen, nicht zuvor? Ja, das musst du bei dir schauen, Chef. Nein, das ist 13. Ja, da zählt es runter. Ja. 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 Wo du bist. Wo oben. Haha. So geil. Komm hier runter. Ohhhh. Ohhhh. Komm hier runter. Komm hier runter. Komm hier runter. Komm hier runter. Hast du den Oli abgestellt? Jetzt habe ich abgestellt. Der hat Alarm gegeben. Ja. Er hat jetzt hier angefangen zu töckeln und machen. Wobei, da muss ich wahrscheinlich einstehen. Und wegen was? 5 Minuten hat er eingestellt. Und wegen was hat er Alarm gegeben? Ja, um zu landen. Mhm. Weisst du, dass die Batterie nicht ... ... über die Dusche. Wobei, ich muss jetzt hier mal schauen. Jetzt muss ich hier mal abschalten. Nein, halt. Hier muss ich zuerst abschalten. So geil! Ja! So weit bin ich mit dem Heli noch gar nie geflogen. Haha. Ja! 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 latteren Nichts Ich appetig eurystisch. Untertitelung des ZDF, 2020